Ja, und hier habe ich das Modell Thaddeus von Firma Seibel. Und Thaddeus ist mal eine feinere Variante. Seibel ist ja sonst ein relativ sportlicher Hersteller. Und hier haben wir so ein bisschen Sport und tolles Leder kombiniert zusammen. Die Sohle, die hält was aus, die ist abriebfest und machen wir mal einen Rutschtest. Ja, die hält, sogar an der Wand. Okay, also nicht, dass demnächst hier Spider-Man auftaucht und bei mir 300 Paar neue Schuhe kaufen. Nein, so wirken die nicht, aber man kann damit auch nicht durch die Gegend rennen. Und das müsst ihr vielleicht mal im Laden betrachten. Man kann das so auf der Kamera ein bisschen schlecht sehen. Das ist ganz, ganz tolles, ganz, ganz hochwertiges Leder. Also Langkane Sheet. Und die Verarbeitung, wie immer, salbemäßig toll. Herausnehmbares Fußbett. Und das ist ein Schuh, den ich euch gerne anempfehlen mag. Wenn ihr solche Modelle mögt und nicht unbedingt mit einem der großen Sportschuhhersteller rumlaufen möchtet, weil euch das vielleicht zu wenig formell ist. Hier seid ihr ein bisschen formeller angezogen und trotzdem sportlich. Die ganze Zeit nicht in einem der großen Sportschuhhersteller.